Manchmal passiert es unerwartet. Man wird an der Schulter gepackt, der andere will gleich schlagen. Eine gefährliche Situation. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever, selbstverständlich mit einer Lösung daraus raus. So, er kommt, er packt. Auf diese Seite drehen, wäre gefährlich. Aber von hier weglaufen, das streckt seinen Arm und ich gehe aus der Gefahrzone raus. Ich drehe weiter, breche, schlage, schlage. Und dann hätte man das schon gelöst. Einfache Lösung, gut umsetzbar, effizient. Wenn du noch mehr so Lösungen willst, weisst du wo zu schauen. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen.